An der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft, da sind es gerade jetzt Frauen, die immense Impulse setzen, die die dringenden Fragen der Gesellschaft mit ihrem Tun verbinden wollen. Und da rede ich auch gerade über Gründerinnen. Und wir als Volkswirtschaft, wir können es uns in keiner Weise erlauben, dieses immense Potenzial an Frauen nicht auch bestmöglich zu fördern. Ich finde es toll, dass es immer mehr Aufmerksamkeit gibt für frauengeführte Unternehmen und dass es auch mit mehr Ernsthaftigkeit auch verfolgt wird. Können Sie da Ihre Motivation mal benennen, was so der Ausschlag war? Mein allererster Arbeitstag tatsächlich. Und da war mir klar, diese Form der Arbeit, das ist nicht meine, also der Rahmen der Arbeitsbedingungen. Wir leben in einem Land, was wirklich schon sehr viele Dinge bereithält, aber nicht alle für Frauen. Ich hatte nicht die Vision, ich will das große Startup gründen und in fünf Jahren ein Unicorn haben. Es kam irgendwie von einer anderen Seite. Und wir wurden über die Zeit professionell. Fehler machen, Rückschläge. Es heißt, Frauen vermeiden das eher, Fehler zu machen oder haben eher Angst vor Rückschlägen. Für mich geht es darum, eigentlich sehr, sehr viele Fehler zu machen. Und wenn man viele kleine Fehler macht, dann bewahrt einen das, die großen Fehler zu machen. Ich glaube, das ist so ein deutsches Phänomen auch, dass man extrem Angst vor dem Fehler machen hat. Aber wenn Kinder keine Fehler machen würden, dann würden die niemals laufen. Und da weiß ich gar nicht, ist das wirklich ein Mann- oder Frauenthema? Immer wieder auch noch mal abändern, noch mal schauen, noch mal anders herangehen. Und wenn man eine gute Idee haben möchte, dann braucht man manchmal wirklich viele. Kommen wir mal zu einem delikaten Thema. Finanzen. Da heißt es ja auch, Frauen haben ein anderes Verhältnis zum Geld wie Männer. Geld war natürlich immer ein Riesenthema, weil, also ich sage mal, unsere gesamte Wirtschaft ist ja komplett auf Arbeitnehmer zugeschnitten. Und ich meine auch Arbeitnehmer und nicht Arbeitnehmerinnen. Also unsere Sicherheitssysteme sind nicht für Arbeitnehmerinnen gedacht. Und für Gründerinnen schon mal gerade gar nicht. Ich habe mich dann ausprobiert an dem Crowdfunding. Ich glaube, mich hat das Crowdfunding an sich wahrscheinlich ähnlich viel Geld gekostet und Aufwand und Nerven, wie das Geld, was man am Ende dann eingenommen hat. Sichtbarkeit. Was könnte denn da noch vorteilhaft sein, dass Gründerinnen auch jetzt noch mal ganz anders einen Auftritt bekommen? Es gibt immer mehr Netzwerke. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen an sich es besser lernen, sich zu vernetzen und auch zu unterstützen. Dass man einfach auch so ein bisschen die Schwelle verliert, auch unter Frauen, über Business zu reden. Ich glaube aber, dass sich auf allen Ebenen gerade viel bewegt und alles in die richtige Richtung geht. Nur müssen wir halt dranbleiben. Sichtbarkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Aber ich glaube auch diese Durchlässigkeit, dass wir uns einfach auch mal über Arbeitsbedingungen wirklich mal ernsthaft unterhalten. Und da ist tatsächlich auch Bewusstsein gefordert. Lassen Sie uns das kommende Jahrzehnt zu einem starken Jahrzehnt für Frauen machen. Gemeinsam mit Männern, die starke Frauen schätzen und die gerne auf Augenhöhe sind. Und wie könnte man diese Liaison besser einfädeln, als wie mit einem kleinen, schönen Tässchen, gemeinsamen, starken Frauencafé. Angeliques Finest, ein Frauencafé rein aus Frauenhand, aus Ruanda, von einer Frauenkooperative und eine der Frauenkooperativen in der Welt, die langsam anfangen, den komplett bisher von Männern dominierten Kaffeemarkt aufzumischen.